Das Allerteuerste am Elektroauto ist die Batterie. Das wird sehr viel günstiger als ein Verbrenner. Erneuerbare Energien und Elektromobilität. Warum ist das sinnvoll? Und zwar habe ich ganz viele Kommentare, vor allem bei LinkedIn, bekommen. Immer mal wieder, könnt ihr mir gerne folgen oder auch bei Instagram, aber immer mal wieder Kommentare unter meinen Beiträgen. Ja, Elektroautos werden sich nie durchsetzen, viel zu teuer. Ja, und das Erste, was ich auch bei meinen Vorträgen höre, sind oft solche kritischen Kommentare von wegen, das ist doch alles viel zu teuer, kann sich kein Mensch leisten. Und ich versuche dann immer, den Leuten mal zu fragen, wie war das denn bei diesem Flachbildschirm? Da haben alle am Anfang geschrien, das ist viel zu teuer, das wird sich niemals durchsetzen. Und jetzt frage ich euch, wie lange hat es gedauert, bis wir alle einen Flachbildschirm hatten? Ein paar Jahre. Genau das Gleiche beim Smartphone. Da haben wir alle gesagt, viel zu teuer, Apple hat ein Smartphone vorgestellt, viel zu teuer, will auch keinen Mensch haben, kann sich kein Mensch leisten. Heute haben wir 10, 15 Jahre später alle ein Smartphone und wir kriegen gute Smartphones sogar sehr, sehr günstig. Das Gleiche oder ungefähr dasselbe passiert gerade bei Elektroautos. Tesla ist einer der profitabelsten Konzerne weltweit, beziehungsweise profitabelster Autokonzern überhaupt. Also Nettomargen von 7, 8, 9 Prozent sind eigentlich so, dass der Goldstandard in der Automobilindustrie, bei Audi, BMW und Mercedes, bei den großen Limousinen, ja, wie größer die Autos, je teurer, desto mehr Marge haben sie drauf. Aber Tesla hat fast das Doppelte. Also 15, 16 Prozent. Und kann dadurch, weil, kann dadurch natürlich viel, viel, viel Wettbewerbsvorteile gewinnen. Also was passiert, wenn eine Sache am Anfang sehr teuer ist und dann sehr billig wird? Sie wird sich, wenn sie besser ist, durchsetzen. Und genau das Gleiche sehen wir gerade bei den Batteriepreisen. Ihr seht mal hier eine Grafik, wie sich die Batteriepreise entwickeln. Und ich verstehe nicht, warum die Menschen diese Dinge auf so neue Sachen wie Elektroautos nicht auch nachvollziehen können, weil sie haben das alles im Grunde schon ganz oft erlebt. Beim Automobil haben die Leute auch gesagt, am Anfang wird sich niemals durchsetzen. Viel zu teuer, viel zu gefährlich, brennt. Und Pferde sind viel sicherer und essen Hafer und so. Und es ist ja auch viel günstiger. Und bei der Photovoltaik war es das Gleiche. Wir haben gesagt, es ist viel zu teuer, wird sich niemals durchsetzen. Und plötzlich sind die Preise gesunken. Und heute ist die Photovoltaik die günstigste Methode, um Strom zu produzieren. Gleichgefolgt von Wind. Also bei Photovoltaik sind wir tatsächlich im großen Maßstab schon bei einem Cent und unter einem Cent pro Kilowattstunde. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Stromgestehungskosten. Also alles, was man dafür braucht. Material, Finanzierungskosten etc. pp. Also sind wir bei einem Cent. Lass es anderthalb Cent sein. Aber da kann kein Kohlekraftwerk, kein Gaskraftwerk, kein Atomkraftwerk auch nur in die Nähe kommen. Im Gegenteil. Das wird alles immer teurer, weil diese externen Kosten eigentlich auch inkludiert werden müssten mit den CO2-Preisen. Tun sie das auch schon ein bisschen. Und dadurch wird das einfach teurer. Bei Atom vielleicht nicht ganz so viel CO2-Preise. Aber Atomstrom an sich ist schon einfach eine unfassbar teure Geschichte. Weil wir da eigentlich die externen Kosten, sprich Versicherung oder Risiko irgendwie mit reinpreisen müssen. Dann wären wir bei Stromgestehungskosten bei Atom von 15, 16. Andere sagen 30 Cent. Stromgestehungskosten. Da kommen Steuern und allen möglichen Netzentgelten, blablabla, noch gar nicht mit drin. Also noch gar nicht mit drin. Nur die Stromgestehungskosten. So, das heißt, wenn eine Sache bei einem Elektroauto günstig wird, die teuer ist heute und das Allerteuerste am Elektroauto ist die Batterie. Was passiert denn dann mit diesem Auto? Das Auto selber wird günstiger. Das wird sehr viel günstiger in 10, 15 Jahren als ein Verbrenner. Obwohl man den immer noch optimieren kann irgendwo. Und die ganze Batterietechnologie wird auch viel, viel besser. Was meine ich mit viel, viel besser? Also einmal werden die Batterien billiger. Das heißt, wir kommen auf Stundenpreise von Kilowattstundenpreise von vielleicht nur noch ein paar Euro irgendwann. Wo wir heute noch bei 70, 80 Euro sind pro Kilowattstunde. Wird es wesentlich günstiger, wo wir bei ein paar Euro landen werden. Und dann kommt noch hinzu, dass diese neue Technologie günstig wird, aber auch besser wird. Das heißt, die Batterien werden viel effizienter werden. Das heißt, um den Faktor 3 ungefähr besser. Dreimal so viel Energie auf einem Drittel des Platzes. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, in 10, 15 Jahren haben wir Batterien, die sind nur noch ein Drittel so groß, aber dreimal so viel Energie drin. Das heißt, in einem 50 Kilowattstunden Akku heute von einem BMW i3 passen dann das Dreifache an Energie, beziehungsweise vielleicht sogar das Sechs- oder Neunfache an Energie, wenn er denn in der Größe bleibt, wo er jetzt ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das beachten ganz, ganz viele Leute halt nicht, wenn sie mir schreiben, das ist doch überhaupt nicht realistisch, dass das irgendwann mal kommt. Und dann frage ich immer so, ja, bei den Laptops am Anfang hattet ihr auch nur eine Stunde oder halbe Stunde Akkulaufzeit. Die Dinger waren mordschwer und man hat dann diese 10 Kilo irgendwo mit sich rumgeschleppt. Und heute, also nicht so viel später, als wie die ersten Laptops auf den Markt kommen, wie lange hält heute euer Laptop? Nicht mehr eine Stunde, sondern 10 Stunden oder 15 Stunden. Also, und die Batterien sind ja nicht größer geworden, die Akkus oder die Akku-Packs an den Laptops sind nicht größer geworden und trotzdem können sie viel mehr leisten. Und das ist sowas, was ich halt nicht verstehen kann, warum die Menschen das alles erleben, aber bei anderen Sequenzen, und schreibt es mir gerne in die Kommentare, bei anderen Bereichen, da ist es völlig abwegig, dass man sowas überhaupt hinbekommt. Also, dieses Bildschirm, Fernsehen, Beispiel, Röhren, Fernseher, Flachbildschirme habe ich ja schon gebracht. Und ein dritter Grund ist, also wir haben den ersten Grund, die Preise von den Batterien fallen. Der zweite Grund ist, die Effizienz wird enorm steigern und die Batterien werden besser. Und der dritte Grund ist, die Komplexität von einem Verbrennungsauto oder Wasserstoffauto oder auch ein Auto, was mit E-Fuels fährt, ist ja auch ein Verbrenner. Die ist so hoch, dass die Kosten dafür, das zu bauen, einfach zu hoch sind, um damit konkurrenzfähig zu bleiben auf dem Markt. Tesla, VW, die haben das erkannt, die wissen, okay, mit einer ganz simplen Technologie, also Batterie und Elektromotor, kann ich irgendwann auch mit Robotern die Sachen zusammensetzen. Ich kann die Teile auf ein Minimum reduzieren. Also jetzt mal als Beispiel, Tesla hat ja diese großen Gussteile, die sie ja jetzt verwenden, damit sie einfach sich ganz viele Einzelschritte sparen, in dem Prozessschritt, weiter vereinfacht haben. Oder ein anderes Beispiel, bei einem Audi, Standard Audi oder BMW, Firma BMW, da habe ich, meine ich, 36 Kilometer Kabelbäume in dem Auto drin. 36 Kilometer. Und wie viel hat Tesla in einem Auto, also Model S? 7 Kilometer. So, also ihr merkt, komplex, nicht komplex. Was ist teuer? Die 36 Kilometer sind teuer. Die 6 Kilometer sind sehr viel billiger. Und was ist teuer? Viele Prozessschritte sind teuer. Wenig Prozessschritte sind billiger. Und dann merkt ihr, okay, wenn so eine Batterie plötzlich 1000, 2000 Kilometer weit fahren könnte, sage ich mal mit 200, 300 Kilowattstunden auf dem gleichen Platz, dann wird es halt interessant. Und wenn ich dann auch billig das produzieren kann, wird es noch interessanter. Und bei einem Wasserstoffauto jetzt als Beispiel, das ist ja nichts anderes als ein Elektroauto, da habe ich die Tanks, da habe ich eine Batterie, da habe ich eine Brennstoffzelle, die ja den Strom in die Batterie lädt, damit dann die Batterie den Elektromotor beladen kann. Und dann habe ich noch den Elektromotor. Also ich habe vier Komponenten im Wasserstoffauto, die auch relativ anspruchsvoll sind. Na klar, natürlich, die Technik ist erprobt, kein Problem. Die Tanks sind relativ schwer, sind klobig. Aber Brennstoffzelle gibt es schon relativ lange und Elektromotor und Batterie ja auch. Batterie ist viel kleiner, aber ich habe hier vier Komponenten, die ich da irgendwie reinkriegen muss, die ich da reinbauen muss, die nicht so leicht zu installieren sind, wie als wenn ich irgendwo eine Batterie ransetze, zwei Kabel zusammenklippe, an den Elektromotor, fertig. Nein, da habe ich halt viel mehr Komponenten, die ich irgendwo miteinander verbinden muss und natürlich auch mit Drücken arbeite, mit ein paar hundert Bar bei so einem Wasserstofftank, wo eine Batterie halt nichts mit zu tun hat. Also, das heißt, diese Komplexität führt dazu, dass es sich nicht lohnt, auf lange Sicht hier weiter Verbrenner zu bauen oder auch Wasserstoffautos. Das wird vielleicht eine Nische sein und vor allen Dingen so im Schwerlastbereich kann ich mir gut vorstellen, dass das da auch Einzug halten wird, vor allen Dingen, wenn wir viel Erneuerbare haben und den Wasserstoff extrem günstig produzieren können. Da, glaube ich, gibt es dann Schritte weiter nach oben und das ist ja der vierte Punkt. Die erneuerbaren Energien sind ja das günstigste überhaupt. Also, wenn ihr jetzt mit einem Elektroauto fahrt und ihr habt zu Hause eine Solaranlage, dann wisst ihr, wovon ich rede. Das heißt, ich kann mit erneuerbaren Energien super günstig auf 100 Kilometer und hat zwei Euro mit einem Elektroauto fahren. Klar, wenn ich jetzt mit einem Tesla unterwegs bin für meine Firma, ist das teurer. Keine Frage. Aber immer noch viel günstiger, als jetzt mit dem Benziner oder Diesel durch die Gegend zu fahren. Da hatte ich früher, ich fahre ja manchmal 2000 Kilometer in der Woche mit einem Elektroauto. Also, jeder, der mir erzählt, oh, das geht alles noch nicht und das mache ich jetzt seit drei Jahren und das Auto ist jetzt von 2019, Freunde. Und das lädt, da sieht man auch diese Geschwindigkeit, wie gut die Batterien damals schon waren. Das lädt noch mit 250, 260 kW am Anfang in die Batterie. Wird dann langsamer, aber 250, 260 kW, wenn ich so bei drei, vier Prozent an einem Schnelllader ankomme, da stehe ich nur 15, 20 Minuten. Ich lade auf die Hälfte oder 60 Prozent voll und fahre zum nächsten. Es geht ruckzuck. Also, diese Argumente, ja, wir haben keine schnelle Ladeinfrastruktur oder nicht genug oder es dauert mir zu lange. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch manchmal überhaupt keinen Bock, da an der Ladesäule zu stehen und dann da 20 Minuten zu warten. Oft ist es gut, dass man mal kurz auf Toilette geht, sich einen Kaffee holt und mal ein bisschen die Beine vertritt, dass man einfach mal so ein bisschen rauskommt und auch mal für seinen Rücken vielleicht auch nicht das Schlechteste. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Aber diese Sachen werden sich auch bald schon erledigt haben. Also dieses, wir können nicht so schnell laden und wir können nicht so weit fahren, das hat sich dann auch, wie gesagt, schon dann erledigt. Und erneuerbare Energien sind so günstig, dass Länder wie China das komplett kapiert haben. Auch die USA haben das verstanden. Wir können mit Stromgestehungskosten bei Solar mit 1 oder 1,5 Cent unschlagbar günstig Strom produzieren. Bei Wind sind wir bei 2 Cent oder so, oder zweieinhalb. Aber trotzdem immer noch viel billiger. Also die Hälfte billiger als Kohle und Strom. Das heißt, auch die ganzen Investoren werden sich einen Teufel scheren und noch neue Kraftwerke finanzieren und bauen. Also ganz viele Kraftwerke in Europa, auch in Deutschland, werden dann halt eingestampft. Die Planung wird eingestampft. Die werden gar nicht mehr umgesetzt. Es gibt so eine schöne Liste bei Wikipedia, verlinke ich euch mal. Und dann haben wir nämlich den Riesenvorteil, wenn das das Billigste ist, billiger als alles andere, was will man denn dann bauen als Investor? Ja, natürlich nur noch das. Und dann ist so ein Land wie China mit 90 Gigawatt 2022. Das muss man sich vorstellen. Das ist das Ganze, was Deutschland in den letzten 20 Jahren gebaut hat. 90 Gigawatt, da sind wir heute, nach 20 Jahren. Das baut China in einem Jahr. Okay, wir sind nicht China, aber die haben kapiert, das ist ein Wettbewerbsvorteil für mich. Wenn ich mega billig Strom machen kann, dann ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil für die Wirtschaft. Also egal, ob mit PV oder mit Wind. Und das ist auch das, was ich nicht verstehe. In Bayern zum Beispiel, da gibt es die ersten Unternehmen, die energieintensiv sind, die über Peer-to-Peer Direktstrom kaufen können und die jetzt schon überlegen, in den Norden zu gehen, weil hier der Windstrom so günstig ist. Dieses, wir bauen keine Windräder in Bayern, das ist Industrie-Sabotage vom Feinsten, in meinen Augen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber das finde ich halt total kurzsichtig, weil wir können natürlich hier im Norden ganz viel Strom machen und den auch irgendwie in den Süden schicken, aber wir könnten auch ganz locker, flockig, einfach sehr viele Windräder in Bayern bauen. Und jetzt erzählt mir bitte nicht, in Bayern gibt es keinen Wind. Leute, ja, das mag vielleicht nur 80 Prozent von dem sein, den wir hier oben im Norden an der Küste haben oder in Niedersachsen. Aber in Bayern gibt es genug Wind und die Windräder drehen sich auch in Bayern und so eine riesen Solaranlage bzw. so ein riesen Windrad, das kann 7, 8 oder 10 Megawatt produzieren. In einer Stunde 8 Megawatt Stunden. Da kann eine PV-Anlage noch und nöcher produzieren, also was wir für riesen PV-Anlagen bauen müssten, um diese Windenergie sozusagen einzuholen oder zu überholen. Das ist ja das Geniale. Deutschland verbraucht ja im Jahr im Schnitt so 550 Terawattstunden oder 530 Terawattstunden. Blende ich euch hier mal ein. Wenn wir jetzt 500 Gigawatt Haus-PV bauen würden, dann hätten wir 500 Terawattstunden Stromertrag. Ist halt blöd, weil im Sommer. Und die Leute sagen, das geht alles nicht und so. Wenn ihr nur 40 Prozent einer Stadt, der Dächer, mit Solarvollmacht, dann seid ihr bilanziell schon positiv. Das heißt, so eine Stadt wie Osnabrück oder so, die haben mal so eine Studie durchgeführt. Vielleicht finde ich, die packe ich hier in die Videobeschreibung. 40 Prozent der Dächer, sagt man oder hat man gesagt, sind für Solar geeignet. Wenn ich das jetzt mache, also 40 oder 42 Prozent, also alle so in Richtung Süden. Wir haben vier Himmelsrichtungen. Kann man sagen, okay, durch vier. 25 Prozent, 25 Prozent, 25 Prozent. So und 25 und Ost-West noch ein bisschen, sind wir so bei 40 Prozent. Jetzt kann man auch streiten darüber und sagen, nein, 40 Prozent ist Quatsch. In meinen Augen ist das auch Quatsch, weil damals, wo man das gesagt hat, ja, Süddächer sind optimal geeignet, ist es Quatsch, weil wir mittlerweile auch Norddächer volllegen können. Und da habe ich schon Videos drüber gemacht. Hier oben verlinke ich es euch. Auf der Nordseite kommt bei 10 kW Peak auf dem Norddach auch 5.000, 6.000 Kilowattstunden runter. Also bei einem kW Peak 1.000 Kilowattstunden. Südseite, perfekt. Packe ich das auf die Nordseite, ein kW Peak kommt immer noch über die Hälfte, von dem was auf der Südseite kommt, kommt auf der Nordseite auch runter. Ja, und jetzt kommen wieder alle, ja, im Winter und ich brauche dann nicht und so. Also klar, im Winter habe ich nicht genug Strom von der Sonne. Da ist einfach keine Sonne da. Das Tal der Tränen, schöne Grüße, Holger, an dieser Stelle. Das funktioniert nicht im Winter. Aber das Coole ist, im Winter haben wir Wind in Deutschland. Das heißt, wir können sehr viel Windstrom produzieren. Und es gibt dann in den Nachtphasen, auch jetzt und heute schon, günstige Stromtarife, also der Strompreis an den Börsen fällt ins Negative, weil zu viel Wind da ist. Und zu wenig Nachfrage. Und dann kommt immer dieses Argument, ja, und dann müssen wir aber den ganzen Strom verschenken und Deutschland verschenkt Strom und das ist eine Katastrophe. Leute, Deutschland ist Netto-Stromexporteur. Deutschland und seit vielen Jahren, nicht mal eben so, gerade eben einen Monat, seit vielen Jahren verkauft Deutschland, also hat Überschüsse, aber hat einen Überschuss an Stromverkäufen. Also Deutschland verdient Geld mit diesem Strom, den sie da verkaufen. Vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr in Frankreich, wo die ganzen Atomkraftwerke abgestürzt sind, weil es zu warm war. Zu wenig Wasser da war, etc. Hat man einfach gesagt, Gott, machen wir mal die Temperaturen in den Flüssen ein bisschen höher. Die Mindesttemperatur, was wir da einleiten dürfen und alle Fische tot, auch egal. Hauptsache die Atomkraft wäre gelaufen weiter oder halt auch noch nicht, weil dann mussten wir sie trotzdem abstellen, weil es dann doch noch zu heiß war, obwohl man gesagt hat, wir können es da einleiten. Also das ist auch dieses Thema Atomkraft, wo ich überhaupt nicht mit anfangen kann, weil es ist sauteuer und unsicher. Also wenn wir irgendwas nicht bauen sollten, dann eigentlich das. Und vor allen Dingen, wenn ich mir dann auch nicht mal weiß, wohin mit dem Scheiß. Also wo ich nicht weiß, wie lange und wo kann ich das denn überhaupt lagern, dass es keinen stört oder keinen irgendwie ein Risiko darstellt. Und ganz abgesehen von dem Risiko, dass da mal jemand mit dem Flugzeug reinfliegen kann. Also klar, es gibt dann auch diese Fans, die sagen, wir brauchen Atomenergie, aber Atomenergie macht weltweit nur ein paar Prozent aus. Und die Erneuerbaren haben die jetzt schon überholt, was die Leistung angeht. Also erzähl doch nicht, oder die Leute erzählen mir dann, ja und das geht ohne nicht und wir müssen da ganz viel machen. Nein, das war ja falsch, das zu machen, schon in the first place. Man hat das vor allen Dingen aus militärischen Gründen auch forciert, das zu bauen. Aber wenn man auf die reinen Kosten geguckt hätte und der Staat hätte gesagt, wisst ihr was, ihr kommt mal für die Kosten selber auf, Transport für Brennelemente, Lagerung Brennelemente, Risiko, selber haften. Also wenn da mal was hops geht, Tschernobyl oder Fukushima. Kein Versicherer der Welt versichert so ein Atomkraftwerk. Warum? Weil wenn er es macht und wirklich mal was passiert, ist er pleite. So, und das ist so das, was ich nicht verstehe, wie dann die Leute an solchen Sachen dann immer noch unbedingt festhalten können. Und jetzt habe ich ja schon ein paar Zahlen genannt. Also 600 Gigawatt PV bräuchten wir. Auf den Dächern wäre das eigentlich gar nicht so das Problem, 200, 250, also 300 Gigawatt da drauf zu bekommen an Leistung. Das sind so, wenn man 200 Gigawatt installiert, 200, das sind dann 200 Terawatt Stunden, kann man so sagen. Und 600 Gigawatt, da brauchen wir natürlich auch vielleicht noch ein bisschen Freifläche. Also brauchen wir auf jeden Fall. Und auch so Agri-PV, die PV-Zäune, haben wir auch schon Videos drüber gemacht. Auch eine richtig gute Geschichte. Und wir brauchen natürlich alle Dächer voll und eventuell auch da, wo sowieso schon betoniert ist. Also Straßen, Autobahnen, Parkplätze und vor allen Dingen alle Dächer. Ich verstehe bis heute nicht, warum nicht jeder Ikea, jeder Lidl, jeder Aldi diese Riesendächer haben, warum die nicht da Riesen-PV-Anlagen drauf haben. Ein paar haben es ja schon gemacht oder ein paar haben es schon verstanden bei Lidl, Aldi und so. Können Sie mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, würde ich auch gerne mal drüber berichten. Die haben es verstanden, die haben dann Solaranlagen gebaut, weil die brauchen ja den ganzen Tag über immer Strom. Und Ikea könnte ja auch den ganzen Strombedarf locker decken mit so einer PV-Anlage drauf. Und wenn wir dann 550 Terawattstunden Strom haben oder hatten oder 539 Terawattstunden, wird das natürlich ansteigen. Wir haben dieses ganze Problem Sektorenkopplung. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel Strom, weil wir irgendwann die Wärme auch mit Strom machen müssen und auch die Mobilität dann mit Strom machen müssen. Also Elektroautos, habe ich gesagt, werden immer billiger und immer besser. Das heißt, wir werden irgendwann alle mit einem Elektroauto fahren. Und wahrscheinlich, wenn der Strom so billig ist, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann anfangen. Also jetzt 2025 sind alle, ab 2025 sind alle Energieversorger verpflichtet, flexible Strompreise anzubieten. So, flexible Strompreise heißt, es gibt viertelstündlich immer einen unterschiedlichen Strompreis. Morgens ist der teuer, weil da ist noch nicht so viel Sonne da, aber alle wollen duschen, aufstehen, Kaffee machen und so. Mittags wird es dann günstiger, weil da kommt dann die Sonne raus und nachmittags wird es dann nochmal ein bisschen teurer. Und nachts ist es extrem billig, weil wir viel Strom produzieren mit Wind und da dann auch wir keine Nachfrage haben. So, und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, vor allen Dingen bei diesen flexiblen Stromtarifen ist es natürlich schlau, wenn wir dann auf eine Wärmepumpe gehen oder halt Split-Klimageräte, dass man halt, wenn es günstig ist, die einfach mal die Wärmepumpe anschalten und den Warmwasserspeicher als Pufferspeicher nutzen. Und jetzt fragt euch doch auch mal, also zu diesem ganzen Thema, soll ich eine Solaranlage bauen oder nicht? Fragt euch doch mal, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr in den nächsten 20 oder 25 Jahren anfangen werdet, elektrisch zu fahren. Ob mit einem Auto oder beide Autos, weiß ich nicht, manche haben ja zwei. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr ein Elektroauto habt, mindestens eins im Haushalt? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass ihr in den nächsten 25 Jahren anfangen werdet, mit Strom zu heizen, wenn denn der Strom auch so billig wird? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aber schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, die ist doch wahnsinnig hoch, oder nicht? Also das heißt, eine Solaranlage zu bauen, macht unfassbar Sinn. Und dann noch ein Thema zu den Batterien, warum sich Elektromobilität durchsetzen wird, warum das smart ist. Wir haben die Möglichkeit bei den Batterien, das zu 90% zu recyceln, also zu über 90%. In 20, 25 Jahren wahrscheinlich sogar bei 100%. Im Moment ist es so, 10 Jahre können die in einem Auto leben ungefähr, dann nochmal 10, 15 Jahre stationäre Speicher weiterleben. Haben wir Videos drüber gemacht, über diese stationären Großspeicher, die im Moment noch mit Zero- und Zero-Life-Batterien gebaut werden. Aber ich habe auch Videos über das Recycling gemacht. Was in den Medien da geistert, ist meistens dieses heiße oder dieses thermische Verfahren, wo einfach alles zusammengeschmolzen wird, das Elektrolyt wird verbrannt, 30% wird zurückgewonnen, aber es ist wahnsinnig energieintensiv und eigentlich eine ziemliche Umweltkatastrophe, das so zu recyceln. Es gibt aber auch so ein Hydraulisches-Verfahren, da wird das einfach klein gehäckselt. Da kann ich 70% machen, macht ja Düsenfeld und Braunschweig, da wo wir waren, das Video habe ich ja euch ja verlengt, das machen die ja schon. Die anderen 20% machen sie noch nicht, weil die Rohstoffpreise noch nicht teuer genug sind, beziehungsweise weil der Gesetzgeber noch nicht gesagt hat, kann ich das recyceln oder nicht. Und genau das gleiche Thema, also der Gesetzgeber muss einfach nur sagen, bitte 90% Pflicht-Recyclingquote und dann kann man das auch zu 90% recyceln. Genau das gleiche bei Solarmodulen. Wir haben natürlich einen riesigen Output an Solarmodulen, wenn wir das alles auf die Dächer bringen und jetzt kommen auch schon die ersten, nach 20 Jahren, die ja von den Dächern wieder runterkommen oder weil sie kaputt gehen beim Sturm. Solarmodule kann man aber auch recyceln, wissen auch ganz viele Leute nicht und man kann die auch ziemlich gut recyceln und Windkraftanlagen auch, was dann da durch die Presse ging, kann man nicht recyceln. Nein, man kann das recyceln, aber auch da wieder der Gesetzgeber gedacht, naja, machen wir mal ein Gesetz, 20 Jahre EEG, aber zu recyceln, da haben wir noch 20 Jahre Zeit, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da waren die 20 Jahre rum und keine Regierung hatte das mal für nötig befunden, da eine gute Regelung hinzubekommen. Nämlich genau das, dass man da dachte, hier, pass mal auf, wenn ihr so ein Ding hinbaut, dann müsst ihr das auch recyceln, wenn es dann fertig ist oder abtransportieren und recyceln, weil da sind Rohstoffe drin, die man gut gebrauchen kann und das Coole ist bei den Batterien, aus diesen Rohstoffen kann man ja neue Batterien machen und bei den Windanlagen und auch bei den PV-Modulen ja auch. Das heißt, die Rohstoffe werden nicht schlecht. Das bedeutet, wir können irgendwann eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen. Das heißt, wir müssen irgendwann nicht mehr buddeln und das ist das Geile an den erneuerbaren Energien beziehungsweise an Elektromobilität und Batterien, dass wir einfach diese ganze Problematik abstellen können. Wir können das nicht mit Diesel, mit Benzin oder mit Gas oder mit Kohle. Da müssen wir was aus dem Boden holen, verfeuern, das ist unglaublich ineffizient. Bei so einem Kohlekraftwerk 30% wird an Energie nur genutzt, weil wir machen da ja wieder nur Wärme, wie beim Elektromotor oder beim Verbrennungsmotor auch. Wir hauen da Benzin rein, das ist eine Riesenheizung, die warm wird und 30% bis 20% geht in den Vortrieb. Beim Elektromotor habe ich 80% bis 90%, was in den Vortrieb geht. Das heißt, ich nutze die Energie viel besser und wenn dann die Leute kommen mit ihrem E-Fuels gequatsche, ich finde E-Fuels nicht schlecht, die Technologie, Wasserstoff, E-Fuels ist ja eigentlich eine gute Geschichte, aber E-Fuels bräuchten 10 mal so viel, also nicht diese 600 Gigawatt, sondern 6000 Gigawatt an PV-Leistung, nicht 300 Gigawatt Windenergie an Leistung, sondern 900, also sondern 3000 Gigawatt Windleistung. Also das heißt, das eine sind irgendwie 30, 40, 100.000 Windräder und das andere sind, weiß ich nicht wie viele Millionen. Also wisst ihr, was ich meine? Also das steht nicht im Verhältnis. Und wenn mir dann einer erzählt, ja mit den Kosten, diese Kosten sind ja so exorbitant hoch. Natürlich, eine Solaranlage kostet am Anfang auch Geld. Das versteht doch jeder auch. Aber langfristig zahlt sich das ja aus, sonst würdet ihr es doch alle nicht machen. Das heißt, so ein neues System umzukrempeln auf ein neues System ist teuer am Anfang, ist eine große Investition, aber dann ist das abbezahlt irgendwann. Ja, und dann läuft das viel, viel günstiger weiter als das, was wir jetzt im Moment machen. Das heißt, es wäre volkswirtschaftlich auch noch sinnvoll, das Ganze zu machen. Also für die großen Energiekonzerne natürlich nicht. Ja, für die nicht. Aber für die Volkswirtschaft, für die Bevölkerung wäre es super, wenn wir eine saubere Luft hätten, wenn wir günstigere Energiekosten, also Stromkosten bekommen würden und uns dann auch selber die Wärme weniger kostet, weil natürlich nachts, wenn ich sogar Geld dafür bekomme, dass ich Strom nutze oder in den Speicher schicke oder in mein Elektroauto, ist das natürlich eine viel, viel bessere Angelegenheit. Da haben dann eher die Firmen das Nachsehen, weil die natürlich dann an ihre Schichten gebunden sind. Da müssen sie die Maschinen laufen lassen. Die können nicht dann nachts sozusagen die Leute immer zur Arbeit einbestellen, weil dann genau der Strom günstig ist. Aber vielleicht wird sich das auch so ein bisschen verschieben, beziehungsweise will man das den Leuten auch vielleicht nicht antun, dass man da aber immer nur noch Nachtschichten hat, weil da gerade der Strom günstig ist, wegen dem ganzen Wind. Also, um es zusammenzufassen. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass die erneuerbaren Energien sinnvoll sind und auch Batterien- und Elektromobilität sinnvoll ist und sich auch durchsetzt. Wir sehen das jetzt schon. Weltweit sind die Installationen von PV und Wind massiv nach oben gegangen und jetzt, wo sie halt günstiger sind als alle anderen, wird das noch steiler werden, die Kurve. Und das ist auch gut so. Das heißt, es besteht noch die Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen bei der Energiewende und halt diese ganze Effizienz natürlich auch viel besser ist. Die Effizienz von Batterien, Elektromotoren sind besser. Von Wärmepumpen aus einer Kilowattstunde Strom kann ich drei bis fünf Kilowattstunden Wärme machen. Und auch bei Split-Klimageräten, die wesentlich günstiger sind, haben wir auch schon Videos drüber gemacht, auch eine Kilowattstunde Strom, drei bis vier Stunden Wärme. Das wird viel effizienter. Und auch der Strom vom eigenen Dach. Wenn der kommt, dann kann ich den Umwandeln in mein Haus schicken und da verbrauche ich ja natürlich auch da habe ich auch nicht so viele Verluste, sondern da kann ich 90 oder 80 Prozent auch nutzen von diesem Strom, als wenn ich den in einem großen Kraftwerk, Kohlekraftwerk herstelle, wo sowieso nur 30 Prozent von der Energie in der Kohle umgewandelt werden kann, in elektronischen Strom. Der wird dann über die ganzen Leitungen geschickt und bis der bei mir ankommt, dann wahrscheinlich noch 15 Prozent oder 20, lass es 20 vielleicht noch sein, ganz positiv gerechnet, dann übrig. Oder bei einem Atomkraftwerk ja das gleiche Spiel. Und Gaskraftwerk. Also diese dezentralen Energiesysteme sind super ineffizient im Gegensatz zu, also die zentralen Energiesysteme sind super ineffizient im Gegensatz zu diesen dezentralen Energiesystemen. Und dann kommt immer noch dieser Argument, das ist alles so unsicher. Die Ausfallzeiten der Netze, die gehen ja nach unten. Also pro Haushalt waren das mal 22 Minuten, mittlerweile sind wir bei 13, 14 Minuten angekommen. Das heißt, es gibt mehr Neubachenergien, aber es gibt weniger Ausfallzeiten. und auch dieses Redispatch und wir müssen diese ganzen Netze stabilisieren etc. Leute, die erneuerbaren Energien kann man super regeln, abstellen oder runter regeln. Also Windparks kann man abstellen, Solaranlagen kann man abstellen. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, diese ganze Blindleistung, die ja zur Verfügung gestellt werden muss oder wo die Energieversorger Angst hat früher, oder was sie uns immer erzählt haben, mehr als 2 Prozent erneuerbare Energien im Netz geht nicht, weil dann brichen die Netze zusammen. Wir haben ja heute schon Tage, wo 100 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren kommen. Im letzten Jahr waren es 50 Prozent insgesamt im ganzen Jahr aus erneuerbaren Energien. Das ist doch der absolute Hammer. Und hatten wir riesige Blackouts oder hatten wir riesige Dunkelflauten und Blackouts? Nein, hatten wir nicht. So. Ist es wahrscheinlich, dass das kommt? Nein, ist es nicht. Also auch an die Leute, die mir immer sagen, nein, das ist total unwahrscheinlich. Und, oder sehr wahrscheinlich, dass wir einen riesen Blackout haben. Und bei der Dunkelflaute können wir nichts machen. Ich habe das eben schon gesagt. Es gibt diese Möglichkeit, sehr viel erneuerbare Energien mit PV und Wind zu bauen. Dann haben wir Überschüsse im Winter teilweise auch mit Wind, aber auch im Sommer mit PV. Da können wir Wasserstoff und grünes Gas herstellen. Das müssen wir speichern. Dafür haben wir die Speichermöglichkeiten. Und damit können wir dann auch über die Dunkelflauten in Anführungszeichen rüberkommen. In Anführungszeichen deswegen. Weil da wird immer gesagt, ja, dann wird wochenlang der Wind weg. Und keine Sonne. Und immer dunkel. Im Winter ist zu wenig Sonne. Das ist schon klar. Das wissen wir auch alle. Und wir haben dafür mehr Wind in Deutschland. Es gibt natürlich Tage, wo kein Wind weht und auch keine Sonne oder kaum Sonne da ist. Vor allem, wenn wir über Schnee liegen würde auf den Solaranlagen. Ganz schlecht. Und dann vielleicht nur der Wind dann mal ein paar Tage komplett weg ist. Aber diese Dunkelflaute, das muss ich auch noch mal ganz klar sagen, das sind nicht Wochen, Monate. Das sind im Schnitt zwei bis drei Tage, wo es wirklich am Stück mal windstill ist in Deutschland. Das hat auch mit der Atmosphäre zu tun. Da hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Aber es gibt halt diese Temperaturunterschiede in den verschiedenen Höhen. Und da gibt es halt immer einen Ausgleich. Das heißt, fast immer ist auch irgendwo Wind da. Und dann gibt es vielleicht mal eine Woche eine wirkliche Flaute. Aber da müssen wir dann mit den erneuerbaren Energien, also mit grünen Gas und Wasserstoff locker rüberkommen. Und diese Woche, das ist wahnsinnig konservativ gerechnet. Also eigentlich ist es mal ein paar Stunden windstill oder ein Tag. Und es kann auch mal drei Tage sein. Aber nicht wochenlang, Leute. Das ist halt sowas, was ich nicht verstehe, was die Leute dann immer sagen. Und die Netze werden dann instabil. Wir bauen ja diese großen Speicher. Da habe ich Videos drüber gemacht. Und wir können natürlich, wenn wir erneuerbare Energien haben und Pufferspeicher einsetzen und überall diese im Land verteilen, die Netze so sicher machen wie nur was, wir könnten auch dafür sorgen, dass diese Stromspeicher in Inseln laufen können. Also, dass die ganze Dörfer kleine Städte mitversorgen können. Das heißt, diese Ausfallangst vom Blackout, da müsste ja nur der Gesetzgeber sagen, okay, der und der Größe oder in den und den Regionen sollten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, dass wenn es zum Stromausfall kommt, dass dort auch Inselnetze aufgebaut werden würden, dann könnte man an jedem großen Energiespeicher, und wir bauen ja einen Megawatt-Speicher und Gewerbespeicher, könnte man dann diese ganzen Speicher überall so eine Notstromversorgung sozusagen mit anbauen oder dran bauen und hätte dann die sichersten Netze der Welt. Und ob die dann mit Elektromobilität, mit Elektroakkus gebaut werden, diese Großspeicher, oder mit Second Life Akkus aus den Autos oder mit neuen Akkus, ist es dann am Ende auch relativ egal. Das Schöne ist halt, der Elektroauto-Akku kann einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten zur Stabilität und zur Kreislaufwirtschaft und zur effizienten Versorgung mit günstigem Strom, dass das halt, dass die Erneuerbaren dort flexibel ins Netz einspeisen können, Flexibilität da reinkommt. Und natürlich müssen wir auch die Netze smart machen und flexibel machen, weil dann können wir uns ganz viel von diesem Pufferspeicher noch einfach sparen. aber das ist so was, was ich hier mal, wo ich mal drüber sprechen wollte, warum erneuerbare Energien sinnvoll sind und warum auch die Elektromobilität sehr sinnvoll ist und warum sich das am Ende auch durchsetzen sollte. Ja, natürlich nicht für den großen Energiekonzern, der hat natürlich kein Interesse daran, aber wir sollten da ein großes Interesse dran haben, das mit zu verfolgen und das auch mit zu pushen. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn das solche Sachen interessieren, dann gerne ein Abo dalassen. Wir werden hier auch noch mit weiteren Professoren über diese Sachen sprechen. Das habe ich mir ja nicht alles ausgedacht, sondern Claudia Kempfert, Professor Kempfert, Professor Quaschning, Professor Huber, die haben das ja alles dargelegt, ausgerechnet und haben dort auch Abhandlungen drüber geschrieben und das sind noch viel, also das sind viel smartere Leute als ich. Und ich bin nur der, der die Botschaften dann überträgt. So, und in diesem Sinne sage ich, lasst ein Abo da und übertragt die Botschaften an alle da draußen und teilt diese Videos, damit wir das irgendwie hinkriegen, noch bis 2030 oder 35 dann wirklich klimaneutral zu werden. Das wäre nämlich ein ganz großer Wunsch von mir, dass meine Enkel vielleicht oder meine Kinder in dem Falle und meine Enkel am Ende des Jahrhunderts vielleicht noch die Möglichkeit haben, auf eine Insel zu fahren, weil der Meeresspiegel nicht ganz so weit nach oben gestiegen ist. Also, in diesem Sinne sehr pathetisches Schlusswort, lasst mir gerne ein Abo da einen Daumen nach oben oder unterstützt mich gerne bei Paypal. Wenn euch solche Sachen interessieren oder weitergeholfen haben, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, euer Felix. Ciao, ciao, Tschüss.